Hi, meine Lieben, heute gibt es wieder eine YouTube-Challenge und ich habe die liebe Pia hier. Hallo. Kennt ihr wahrscheinlich von Berlin Tag und Nacht, aber sie macht mittlerweile was ganz anderes und zwar? Moderation, Schauspiel und ich habe auch einen YouTube-Channel. Pia macht Kirmes. Ja, genau, da könnt ihr auch gern mal reinklicken. Wir machen heute auch was ganz Lustiges. Pantomime, aber ein bisschen anders, also Pantomime kennt ihr ja. Extreme Pantomime. Das heißt, wir haben hier einmal die Begriffe und einmal Challenges. Das sind halt Sachen, die wir dann während wir den Begriff erklären machen müssen. Um einige schwerer, ist aber auch viel, viel lustiger. Und ja, wir haben 20 Sekunden Zeit, um den Begriff zu erklären. Okay, wir fangen einfach mal an, würde ich sagen. Du fängst an. Da hast du jetzt die Challenge gezogen. Die kannst du mir auch gut verraten. Singe dabei die ganze Zeit alle meine Entchen. Geil. Ich entschuldige mich jetzt schon mal. Ja, gut. Ich habe heute nicht meine Singstimme mitgenommen. Ah, nun gut, was haben wir denn hier? Boah. Ich muss mich einfach kurz... So, ja, ich glaube, ich weiß. Also ich singe. Alle meine Entchen schwimmen auf dem See. Neen? Neen. Täppischweben? Köpfchen. Was, was, was? Neen. Nein, ist neen richtig? Stricken. Ja, nein, neen. Neen ist schon mal richtig? Neen. DIY? Nein. Ja, doch, do it yourself. Nähmaschine. Scheiße. Mist. Meine Mutter sieht das nachher und kriegt die Vollkrise und denkt sich, das Kind wird als nächstes Mal von der Nähmaschine geschehen. Okay, gut, ich mach weiter, würde ich sagen. Es tut mir leid. Vorher 30 Sekunden im Kreis drehen. Oh. Und? Wow. Okay, ich dreh mich mal. Also erst drehen und dann anfangen zu erklären. Okay. Oh Gott, ich glaube, ich habe mich zuletzt gedreht als kleines Kind. Und? Und? Puh. Oh. Nee. Ist das noch nicht um? Hallo? Oh mein Gott. Oh. Oh Gott. Krass. Handy, nee, rechnen, Taschenrechner, kassieren, kassieren, nee, fahren, Busfahrer, Busfahren, Bahnfahren, Ticket, Kopfhörer, nee, Schaffner, nein, Ticketverkäufer, was war es denn? Navigationssystem, war das sehr schlecht, der Klipp. Ich wollte die Orientierung verknüpfen. Okay, wir machen weiter. Cool. Challenge. Ein Bein vor und zurück schwingen. Ich habe super gutes Gleichgewicht. Gleichgewicht. Was? Okay. Na was? Sag mal. Also, es ist folgender Begriff. Okay. Vogel. Raubvogel. Adler. Zombievogel. Dracula. Vampir. Vogelscheuche. Vogelscheuche. Mist. Challenge ist Hüftenkreisen. Hm. Ja, gut, ich fang mal an. So, und ähm. Ängstlich, Angst, Nägelkörpern, Angst, Angst, Singen, Reden, Ängstlich, Aufgeregt, Lampenfieber. Ja. Ja. Richtig. Oh, sehr gut. Ist das die Challenge? Ja, wobei das bei dir ein bisschen witziger ist. Das ist Headbangen. Okay. Mit den offenen Haaren. Na denn. Headbangen. Okay. Also, Headbangen. Ja. Beten. Äh. Sport. Nein, treten. Nein, hier, wie nennt man das? Akrobatin? Ja. Äh. War schon? War schon zum anderen. Yoga. Scheiße. Das war, ich glaub, der tote Hund, oder wie die alle heißen, diese Übung. Ja, war gut, glaube ich. So. Äh, die Challenge ist, extrem blinzeln. Okay. Und der Begriff ist? Nein. Okay. Also. Kreis. Kreis. Heiligenschein. Mhm. Schweben. Kreisen. Fliegen. Fliegen. Im Kreis fliegen. Nee, äh. Flugschein. Ach, Helikopter. Ach so. Ja, aber wie soll ich nen Helikopter denn machen? Keine Ahnung. Das fand ich schlecht. Ich denk dann, ich weiß gar nicht, wie die Punkte enden. Du hast es einmal erwarten? Ja, wir waren beide nicht die Besten. Irgendwie nicht so. Yeah, Pia, du hast einen Punkt. Yeah. Ja, also ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich fand's super lustig. Ja, ich fand's auch super. Und ich weiß, dass ich jetzt zu Hause öfter mal wieder Phantamine spielen muss. Ja, ist auch lustig, so in der großen Gruppe oder so. Ja. Jetzt hattest du hier dein Warm-up. Und jetzt geht's ja weiter zu Bonnie. Ja. Und ihr dreht auch zusammen was denn? Ja, es geht um Wintermode. Ich hab tierisch Bock. Geil. Ja. Wintermode ist immer so schön frischelig. Sind wir schon mit coole Teile dabei. Das Video von den beiden hab ich euch verlinkt. Da könnt ihr gleich mal hier reinklicken. Und ansonsten, von mir gibt's ja jeden Sonntag ein neues Video. Abonniert gerne den Channel. Wir verpassen uns nicht. Und sehen uns hoffentlich dann bald wieder. Ciao. Untertitelung. Untertitelung des ZDF, 2020